Herzlich Willkommen zu dem ersten Part meines 4K Specials und ja wie viele von euch schon wissen, wie ihr alle eigentlich schon wissen, wird mein 4K Special mein Texture Pack beinhalten und ja ich muss dieses Texture Pack eigentlich nicht so wörtlich jetzt nochmal vorstellen da ich es halt schon so oft benutzt habe und ihr alles eigentlich schon kennen müsstet und ja aber trotzdem werde ich jetzt hier hinten dran eine HG Runde ranhängen und zwar eine meine HG Runde, die allererste die ich hier auf meine HG gespielt habe und ja dann wünsche ich euch viel Spaß mit dem Gameplay und ja der Downloadlink ist in der Beschreibung zu dem Texture Pack und ich würde mich sehr darüber freuen wenn ihr das Video positiv bewerten würdet dann würde ich sehen dass ihr mich unterstützt bzw. dass ihr das Pack richtig cool findet oder was auch immer in dem Fall würde ich mich über einen Like freuen und ja dann habt viel Spaß mit dem Video und tschau da rein, tschüss! Hallo und herzlich willkommen zurück oder ich weiß nicht ob ich das hier vorschneiden werde oder wir kommen zum zweiten Part des VK Specials oder was auch immer jedenfalls das hier jetzt meine erste Runde mein HG und ja ich nehme gleich mal das Kit Känguru und es geht auch gleich los in 5 Sekunden ich bin hier genickt ich weiß glaube ich gerade Gooface oder so keine Ahnung und ich gehe Richtung 0 so ja genau und ja in diesem Special werde ich ja mein 4K Pack was ich auch gerade drin habe releasen und entschuldige ich mich gerade schon mal dafür dass ich irgendwie schlecht sein werde ich habe keine Ahnung wie lange ich mal PPPed 3-4 Tage oder so und deshalb entschuldigt mich aus und habe ich gerade ein paar Lacks, ein paar FPS Einbrüche das ist auch nicht so gut aber egal dann müsst ihr jetzt mal ein Video erleben dass die FPS Einbrüche haben und richtig doof bin und ja auf jeden Fall könnt ihr mir meine Kommentare jetzt schon mal schreiben ob ihr ein paar neue Features habt wenn ihr schon mal meine IG gespielt habt oder was auch immer die viel noch hinzufügen können neue Features neue Kids alles mal in die Kommentare unten ich habe nur 8 Braune viel mehr als 8 Braune viel mehr als 8 Braune Hilfe 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 ich will mehr als 8 Braune ich habe euch hier auf dem Baum und will misch ne einfach Suppen ob ich das gleich einen anderen Dings finde einen anderen äh großen Pilz so einen äh braunen großen Pilz so wie der rote da rechts im Bild mal schauen vielleicht finde ich ja noch ein 8 Pilze ist nicht so optimal sind 8 Braune Pilze das ist nicht so toll so ich habe noch einen Baumstamm mehr 6 Stück habe ich mir nach unten und hole mir erstmal etwas Stein so 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 und das schon mal fertig das haben wir da ja nur noch eine Hotbar Suppe das ist nicht so vorteilhaft dann guckt euch für mich hier noch aus Schweinehaber getötet und wir haben auch noch ein neues Feature drin das heißt auch wenn ihr in der 1 7 seid könnt ihr einfach ein Schaf töten und bekommt auch aus Schweinefleisch das aber umbenannt und und ich weiß nicht ob ihr das cool findet oder so keine Ahnung können wir auch mal in die Kommentare schreiben oh jetzt sind braunde Pilze die hole ich mir erstmal guck ihr wenn ich hier so ein Schaf tötet bekommt ihr was getroppt namens Roar Matten die glaube ich auch das normale Schafstreiche in der 1 8 heißt weil wir den zwar halt auch auf 1 7 und auch auf 1 8 hosten bzw. man kann mit 1 7 auch join und ja außerdem könnt ihr mir mal in die Kommentare schreiben was ihr davon haltet wenn wir Kaktussuppen einführen die gab es ja damals auch auf MCPP und ob ihr die lieber mit einer Suppe also mit einem Kakteen und mit zwei Kakteen wie es auf MCPP war haben möchtet keine Ahnung also ich äh so jetzt bin ich wieder da ich wurde gerade gestört das fand ich so gut aber egal ich hoffe nicht habt ihr den Killgrad noch gesehen oder so oder ich zeige mir einfach mit Musik rein oder so keine Ahnung ich müsste erstmal hier ein paar mehr Suppen und wie gesagt nicht wundern dass ich hier meinen Rennensanz jetzt auf Tiny habe weil es lecker hat bei mir und ich muss meine Grafikkarte mal ein bisschen wieder auspusten und so denn das äh das ist so manchmal staubig und sowas aber ich kenne das von eurem eigenen PC oder von eurem eigenen Laptop und irgendwie immer wenn ich das alles auspuste und das äh dann wieder schöneres sauber ist dann habe ich immer mehr FPS und gerade merke schon dass ich halt die ganze MPS Einbriche bekomme und damit kann man halt nicht so toll PVP'n aber egal auch wenn ich hier stelle werde ich es einfach weiter inspektieren denn ich möchte eigentlich nur durch dieses Video das Packchen zeigen also mein äh 4K Pack und ja ich weiß nicht ob ich das würde SchweinePace MCs Pack nennen möchte das halt noch gar nicht so richtig mein Pack ist dann nenne ich es erstmal noch weiterhin Blue Blue wie es auch davor war und ja hier in dem Pack habe ich gerade die Schwerter so drauf also ich werde mal ganz kurz mein äh richtiges Pack aus dem Moment so habe ich noch das hier ich höre hier gerade ein äh tollen Sound der mir ein bisschen Angst macht ich bin genau in den richtigen Moment gekommen wow komm schon stopp da kommt noch einer nicht so gut naja die gehen natürlich alle auf mich wo ich genickt bin aber das ist ein Teammate das ist ihr glaube ich glaube das ist ein Teammate stopp doch stopp doch ah komm schon stopp doch ja nice oh mein Gott schnell hier weg schnell weg schnell weg schnell weg schnell weg so 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 ist halt ganz normal so ist sie wie eine normale Suppe im singleplayer das heißt sie halt sowas so circa wie ein Steak glaube und wenn es halt so ist wie auf MCPP da halt die halt ganz normal wie so ein Apfel oder so keine Ahnung was ihr halt lieber mögt dann könnt ihr halt einfach nur weglaufen und halt dann gleich ins eine Suppe essen oder ihr isst ihr halt kurz und sterbt dann irgendwie vielleicht daran mal der einzige Nachteil daran ich mag es so grad am liebsten wie es ist da sind ein paar Menschen ein paar Menschen sind hier Julian PVP ich werde ihn tötern ich hoffe dass ich einen töten kann aber es leckt bei mir ich habe FPS Einbrüche da komm der stirbt jetzt äh äh ich pre-soup bisschen zu doll kann das sein komm schon komm schon nice good fight noch einer nicht so schön was essen 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 so 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 bam wo ist jetzt hin so hab ich das weckm die ein paar mehr Suppen holen ich hab ein bisschen weniger ja 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 ich hab so wenige Dings so endermatch packt um ja wenn ihr seht dass irgendwelche kids backen könnte man die kommentare schreiben wenn wir das schnellstmöglich fixen wie gesagt es ist es der anfang von mein hg und da kann es sein dass park jetzt rum backen und ja ich hab ganz fbs einbrich das ist so eklig muss ich erst mal wieder beheben habe ich mir noch ein paar mehr rote pilze von der rote pilze so da wenn wir sagen gehen wir mal zu den menschen zuviel steinschleiter ist unglaublich so kann das noch mal weg das kann weg ich brauche ein paar mehr braun sowie kraftet man nicht so blackjack ist glaube ich gestorben wenn das sein ja alles gestorben stirb küper so nehmen wir das immer mit das hier diese braun pilze hier mit kieren dann immer hier hoch das oben sind sie mit blöcke ja fünf stück und ich bin hoch gemächt worden wenn es nicht gestorben oh gott ich bin habe ich vergesst habe ich bin zurück an der libyane gelandet ich habe ein kinder nicht upgraded das heißt ich oh gott der reisen kann das sein ich glaube ja dann geht ihn noch nicht upgraded das heißt ich krieg noch feilschaden wenn ich die kids upgraden zum beispiel kängur dann bekommt er bei eurem abgabe keine feilschaden mehr zum beispiel oder seit ein paar credits dann das essen hier kommt er wie kraften auch nein hat sogar feuer ist eklig auch nein aber drüben die mich da kommt noch einer hilft mir tustus 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 t mit dem ich mag die milch oh gott warum drüben die milch die unfaire helf mir doch knuddel komm bitte helf mir doch auch bitte helf mir doch helf mir helf mir hi warum wollen die mich drüben ich mag die nicht ich meine ich das am besten glaube ich halt die ganze zeit hinterher oh man ich brauche eine hülle oder so aber in meiner rennerin hat es jetzt auch hier ist eine hülle runter 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 so 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 und so und her traut euch traut euch doch hallo traut euch traut euch hier rein habe ich gesagt ich hab gesagt sollte euch hier rein tragen wird sterben hier hier hin oder was sind jetzt weggegangen wenn ich keinen lust mehr auf mich haben oder was da ist er hi hi kommt der herr kommt der herrm der herr kommt der herr kommt der herr kommt der herr der herr kommt der herr runter hier runter hier runter und dann so, er ist Enker, ist nicht so gut, irgendwas anderes, oh oh, 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 er muss sich oben töten, er muss erst töten, ein konzentrieren, noch zwei Suppen übrig, ist so gut, kommt der eine muss sterben, müssen einholen, ja, einen habe ich, aber der andere nicht, ah, schade, egal, zum Glück haben wir einen von dem Typen getötet, also einen von dem Team, haben wir hier Peter Kinski noch am Start, in der letzten Überlebende, so, ich habe mich jetzt leider doch nicht mehr dafür entschieden, dass ich die Runde, ähm, ja, äh, weiter ins Spectator, sagen wir es so, aber dafür würde ich mich jetzt hier nochmal von und ganz für die 4000 Abonnenten bedanken und, ja, habt Spaß mit dem TechShop Pack, ihr könnt Kritik zu dem TechShop Pack auch nochmal in die Kommentare schreiben und wie gesagt, schreibt mir mal in die Kommentare eure Meinung zu den Kaktussuppen, wie ihr das haben wollt oder ob ihr es überhaupt haben wollt oder auch nicht und schreibt mir eure Meinung dazu, eure Meinung ist eher doof, eure Ideen eher gesagt, äh, dazu, ob ihr, ähm, ja, ob ihr neue Kids haben möchtet, ob ihr keine Ahnung was haben möchtet, ob ihr neue Ideen habt, ob ihr irgendwas habt, ach, keine Ahnung, ich bin nur einfach glücklich, dass, äh, meine AG jetzt offen ist und, ja, da würde ich sagen, was ihr von dem Video, hoffentlich hat es euch gefallen, wenn es euch gefallen hat, würde ich mich sehr über eine positive Bewertung freuen und, ja, ciao, bis zum nächsten Mal und, bye!